Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 28. Dezember 2020. Das Est-Anbul-Horn ist der höchste Gipfel auf Est-Anbul. Brick hat die südwestliche Aufstiegsroute gewählt und ohne Sauerstoffflasche den Gipfel erreicht. Auch andere haben sich am Est-Anbul-Horn versucht. Aber niemandem war bisher der Aufstieg über die südwestliche Route ohne Sauerstoffflasche gelungen. Die erfolgreiche Solo-Besteigung durch Brick hat die Bergsteiger-Community in Aufruhr versetzt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ist das das Ende eures Berichts? Das geht mich nichts an. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Rufbohrer. Der 28. Dezember war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.